Oh je, es regnet gerade schön. Ganz schön heftig. Haha. Okay. Speicher mir nochmal etwas näher dran. Ja, komm, brav, brav. So läuft das. Äh. Ja, ich hab gehört, dass da einer schießt. Und ich weiß noch, wo er steht. Aber der hier steht mir erst mal im Weg. Okay, das lief jetzt gar nicht so dramatisch schlecht. Im Notfall könnte ich immer noch die Leiter hochklettern, um mich zu verstecken. Wenn gar nichts anders hilft. Aha. Waa. Unverschämtheit, schießt er einfach. Genau, schießt er schön auf meinen Drink. Finde ich irgendwo lustig. Und ich geh wieder. Ich will... Ich will... Ich will... Ich will doch da erst noch einmal. Ah. Aha, wo ist eine andere hin? Ist der schon tot? Glaube ich nicht. Ja, komm, schieß nochmal. Okay. Sag ich doch, ich glaube nicht, dass der tot ist. Okay. Woa, 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 woa. Nee, 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 nix da. Aua! Okay, ich stell mich mal kurz hier in die Ecke. Ui! Oh, nett. Scheine weit genug weg zu sein. Dass sogar die Musik sagt. Na, ist alles okay. Öhm, dann speicher ich stopp kurz die Aufnahme und warte einen Moment. Also eigentlich ist es ja schaden, dass man hier nicht, wie in vielen anderen Spielen, XP für getötete Gegner bekommt. Mhm, ich hör dich. Ach da! Okay, wenn es nur du alleine bist... Komm her! Ich hätte dich ja leer getrunken, aber du wolltest ja nicht. Hallo! Messer! Warum droppen die nur Messer? Oder gar nichts. Ist ja noch schlimmer. Gucken wir mal, ob sich hier auf der Etage noch einer versteckt hat. Äh, es scheint nicht so. Nein. Gut. Dann wählen wir mal wieder dieses Schatzi. Ich speicher nochmal schnell, bevor wir um die Ecke gehen. Ja, verdammt. Ja, so war der Plan. Denn das... War doch schön Ressourcen schon. Du hinterlässt auch nichts, wie ich das sehe, ja? Äh, hallo? Wir haben uns noch nicht kennengelernt, Freund Blase. Schade. Ich hätte gedacht, dem hätte ich jetzt noch ein bisschen... Ausnuckeln können und so. Mhm. Gut, da steht einer. Das ist ein Auto, was da steht. Das ist so ein anderes. Mhm. Hm, der würde mich von hier aus natürlich direkt sehen. Die Frage ist... Mhm. Es... Sieht nicht so aus, als hätte ich da dran vorbeischleichen können. Nein. Na, kommst du her, oder? Oh, feiges Kleines Wussi-Leinchen. Ich hätte gern noch ein bisschen von dir getrunken, Kleiner. Danke. Genau. So sieht doch eigentlich ganz nett aus. Mehr Parking! Aha. Okay. Ja, und ich hab, ähm... Nichts gesteigert. Guck. Ach, Sabbat! Die sind's nicht wert, dass ich meine 9mm auspacke. Das ist nicht zufrieden. Das ist nicht zufrieden. Es ist nicht zufrieden. Töne. Oh, jetzt krieg ich aber langsam weh. So nicht. Das geh ich halt noch mal einen Schritt um die Ecke. Und hallo! War jetzt nicht ganz so erfolgreich, wie er gehofft, aber egal. Hau ich dich auch noch mal, bevor ich an dir nuckel? Dann halt nicht. Das ist halt ganz einfach nur umgauen. Wenn du drauf bestehst. Also das mit dem nuckeln hat der noch nicht so ganz... Wow, nee, nicht in drei. Du bist mir ein bisschen zu viel auf einen Schlag. Warum schieße ich eigentlich auf dich? Ach, so, weil der noch so befriedigend abkratzt. Aha. Ja, ich hab den da unten gesehen. Ach, verflucht! Na komm her, komm um die Ecke. Trau dich, du feige Ratte, du. Dann geh ich halt wieder abkratzt, wenn ihr nicht spielen wollt. Schaut auf den Schrei... Schrei... Sehr, sehr kreisenden Schrei... Bleib stehen jetzt! Ich hab Durst! Kuckuck! Kuckuck! Aaaaaaah! Immer diese... Diese sich widersetzenden Tetra-Paks! Das reicht's aber! Boah, das werden ja immer mehr! Wird ja so langsam doch ein bisschen lächerlich. Na, mal kurz speichern, dass wir noch leben. Das kann sich ja jetzt doch recht schnell ändern. Du bleibst hier jetzt! So sieht das doch wieder schön aus. Jaaah, natürlich! Jaaah! So! Werden wir dich auch los und wieder voll geheilt. Also meine Güte, das Parkhaus ist ja doch bisher das mitunter härteste, nebst dem Lagerhaus vielleicht noch. Ja gut, ich hätt vielleicht auch über die ganzen Leitern gehen können, aber das wär ja langweilig, wenn wir denn sowas sehen. Mhm. 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 Aha, ein Autoradio. Nimmst du das jetzt mit? Da kann ich nicht durch, ne? Nein. Natürlich nicht. Da unten steht doch was an der Wand. Da ist doch irgendwer. Der hat doch ne 9mm, äh, ne 9mm Schnellfeuerwaffe in der MP, ne kleine, ne Ozi oder sowas. Oder wie sich das Ding hier auch immer schimpft. Jaaah, da steht definitiv einer. Ich glaub, da steht doch keiner hat mich geirrt. Nein. Nein. Wow, nein. Ich geh. Da ist mir zu viel auf einmal. Oh, Hölle, 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 Hölle. Mh, mh. Mh, mh. Mhm. Aber du hast den Koffer, den ich haben will, glaub ich, oder? Und du auch. Hey. Ach, da ist ne Wand, deshalb kann ich nicht weiter. Fuck. Falscher Knopf. Scheint grad nicht so, als wenn einer von denen um die Ecke kommen wollte, also... Also... Das hat doch ein bisschen was gebracht. Ich sollte auch nicht unbedingt gucken, während ich noch im Nachladen bin. Okay. Das war interessant. Ich hab da mal so F gedrückt und es ist nichts passiert. Also F wie... Nuckel, Nuckel. Nein, erst nachladen, wenn. Ähm. Meine Lebensenergie sieht nicht so berauschend voll aus. Meine Schroten mun eigentlich auch nicht. Oh, da fällt mir auf. Noch ein Schuss da drin ist ein bisschen wenig. Toll. Wie wahnsinnig effektiv. Aber gut, wenn der jetzt um die Ecke kommt, oder ein bisschen näher kommt, scheint er nicht zu wollen, so ein Dreck. Das hat er nicht gesehen? Ah, das hat er natürlich gesehen. Ist schon klar. Lass dich austrinken! Oh. Trink den leer. Na, endlich. Das hat mich noch nicht mal voll geil, so ein Dreck. Aber wozu hatten die Leute Kaufer dabei? Die sind verschwunden. Und ich glaub nicht, dass ich's im Inventar hab, so wie's aussieht. Nö. Nicht wirklich. Ähm. Lock. Was? Santa Monica? Nein. Hm-hm-hm-hm-hm-hm-hm-hm-hm-hm-hm.